Letztes Mal bei SCP Und wir sind unten oder was? Wir sind jetzt hier unten, wir sind mit dem Fahrstuhl da runter gefahren Oh gut Nein Mann Das war's Und nun die Fortsetzung Ja Leute, mir wurde es leider zu viel Der Fake macht jetzt weiter Wir waren jetzt hier bei dem Omega Warhead Silo Genau Und ich habe zu viel Zeit vertrittelt Und ich schlaute sich jetzt mal ordentlich um Was man da unten machen kann Da gibt es nicht lange? Da waren natürlich Schalter an der Wand glaube ich Die nehmen auf jeden Fall wieder die Weste Und guck noch mal kurz aufs Dokument, oder? Nee, das wird so keiner Lassen wir mal auf, oder? Ich weiß nicht Da steht Remote Detonation Alpha Warheads Also wir wollen die ja von oben starten Ich spiele da nur ein bisschen drum rum Vielleicht passen die... Vielleicht gehen die so hoch An, aus, an, aus, an, aus Boom Ups Ich würde schon gern hier alles in die Luft jagen Ja 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 Die detonieren ja oberflächlich ohne Schaden am Untergrund Zumachen Da ist der Runde Pflanzengriff Warte, warte, ich mach erst mal zufällig Ja, geh aber da durch Nimm die Augen drauf und geh durch Ja Warte, warte noch, bis du widerspringen kannst, oder? Ja, genau, dass wir da durchkommen Das ist wirklich schwer, der Raum Mann Ich kenn das, da muss es um die Ecke laufen Und den Schalter drücken, um dann ums Eck wieder um die Tür, durch die Tür zu gehen Blinzel, Tür, Augentropfen Huah! Alter, verweiler Ich muss bald wieder blinzeln Pass auf Ich kratze schon hinten an der Tür, Mann Ich kratze schon hinten an der Tür, Mann Ja Ja, gut, wir wissen jetzt, wo er ist Aber Und wir haben eine schusssichere Weste, wo wir nicht mehr wussten, was es gibt Ja, genau Ja Die brauchen wir, wenn der eine auf uns schießt Ja Richtig Wenn das überhaupt kommt Vielleicht ist es auch notwendig, dass es kommt Ach Muss durchzuspielen Das schickt mich einfach mal Schon wieder? Ist doch gut Huah Hast du es gehört? Das war doch um Lot 6 Huah Geh auf die andere Seite Da ist er Da ist er, ja Perfekt Ja, warte, geh näher an den Zaun, dass du den rechtzeitig siehst Warte Jetzt Nein Really? Was machst du? Alter Willst du mich hindern? Ja, was wollte ich denn machen? Hinter mir war 173 Ja, mach den Den Da spürst du dann Okay So, pass auf, wenn ich drüben Was ist das? Was ist das? Was sind das? Doktoren Doktor Maynar Da muss der SCP 600 Sollen wir da runter oder dann muss man es gleich lassen? Da ist die Tür offen Was ist das da zu? Geh zurück Der kommt da auf den Boden Kann nicht mehr rennen Der kommt aber von schräg, ne? Ja, dann warte bis er von da kommt Ja, ich bleib hier stehen Jetzt sind halt erst da vorne an die Tür gelockt Da, ja, jetzt, jetzt, jetzt Oh fuck, das war voll schwierig, Mann Du hättest den erst da an die Tür locken müssen Da hast du recht drauf, pass auf Jetzt warten wir hier Passiert nichts Doch, der kommt Der kommt aus dem Boden unter hier, oder? Nein, kaputt Aber Timing jetzt, ne? Ja, gutes Timing Was war denn? Double death Der stirbt doch nicht Vorhin ist er auch immer gestorben Ja, der war aber noch zu weit auf der anderen Seite Oh Mann, ey Ich bin so fertig, ey Ja, geh durch Ne Geh halt durch Das kommt aus dem Boden Die Augen sind schon oben Ja Bug Die Augen sind sowieso nie da, wo es spielen kann Schau, jetzt sind sie eben am Hals Jetzt Was? Zur Hölle? Also du darfst Der stirbt nicht Ja, du musst halt durchrennen jetzt einfach Wahrscheinlich ist das das Ende, oder? Was ist denn das für ein Bug, Alter? Ja Safe and quit Ja, so rennen wir einfach durch diesen Korridor durch Bringt nix Vielleicht fühlen wir noch so einen Sound Aber es bringt ja auch nicht so schnell Vorsicht Wir können durch jetzt Und rumtürteln Was ist da? Ein Doktor? Hinten ist das andere Es ist große SAP Hier sind nur die Doktor-Dinger Wollen wir da runter gehen? Oh Mann Ja, geh da runter Nur dort kann es einen Abhängen, oder? Mann, das war blöd Ja, weiß ich das? Ne, Mann, das ist blöd war das Wollen wir es da noch probieren? Können wir Kommt jetzt aber auch von grad aus? Ja Jetzt kommt er von der Seite Von hin? Oder von oben Ich hoffe das klappt Ich hoffe das klappt Ich hoffe das klappt Ja 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 Mann Geil Weiter gehts Speichern Speichern Warum ist er bei dem Arzt gestorben? Keine Ahnung Einfach Bug Für'n Arzt Vielleicht war das sein Heimatgarten Da gehts nicht weiter Oder doch, Alter Gate R Gate R Junge Da kommst du nicht weiter, oder? Geiler Shit Das ist so ein Aufzug nach oben Hast du gehört? Hast du ein Lachen gemacht? Ja Slit Slit, Junge Slit Alter Geil So weit waren wir noch nie, Mann. Was passiert hier? Wieso, wo soll ich hin? Da hin? Ich hab keine Ahnung. Hör da raus. Eigentlich jeder schlaue... Oh nein. Ich geh da raus, Mann. Die schießen dann auf den, Mann. Was, die Beste? Schießen die wenigstens auf den? SCP-106 ist aus der Facilie. SCP-106, ja, genau. Und jetzt? Mach den mal kaputt, Mann! Die haben doch so ne fette Kanone, Alter. Die laden auf, oder? Boots, Junge, mach Boots, Boots, Boots! Yes! Ja, Mann! So, Mika, der stirbt nicht! Kill den, kill den, kill den! Doch, der stirbt. Schau mal. Burning pain in your leg? Was, warum das? Wenn ich nämlich in der Schussbahn stand. Was? Wieso schießen die jetzt auf dich? Weil ich da rauskommen? Also nicht rausgehen. Zinken. B, A. B, A. Aber was ist da oben? Das Lachen kommt immer. Ich weiß, ich hab mich schon mal geladen. Ja, wo musst du denn hin? Ich die raus? Ich glaub, du musst ihn rauslocken, oder? Ja. Und dann, wenn du siehst, dass der Schaden nimmt, musst du wieder zurückgehen da durch diese Tür, oder? Oder gehst du gleich durch die... Gleich durch diese Tür. Vielleicht, vielleicht geht er raus zu den anderen. Oder meinst du, der geht zu dir? Weiß ich eben nicht. Ja, stell dich mal da an die Seite einfach. Ja. Dann geh da zurück. Pass auf, dass sie mich auf dich schießen. Ja, die töten werden jetzt. So müssen wir dann schauen. Heiß hundert, oder? Ja. Und der Daim ist aber auch nicht für. Können sie rennen jetzt her und schießen? Nee. Nee. Ja, geh zurück. Schau mal, was da ist. Nicht da. Da an die Tür zu machen, ja. Muss nicht zu machen. Trommel, du musst das ja verstehen. Ziemlich zu gelockt. Nee, da ist doch so in der Fahrt. Dann schau mal da runter. Was machst du denn? Da die in der Hand? Ja, dann drückt ab. Einmal noch mal ab. Ja, der ist drückt schon, aber dann kann man doch was weg. Ich schieße noch drückt, was ist das? Meinst du denn? Das kommt durch mich? Ja. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Da kannst du vielleicht nuclear-links machen. Oh man, geil. Das ist was ich will. Okay. Jetzt ist es jetzt nur ein Action-Spiel, oder? Wo schießen die schon mal, oder? Nee, das ist nicht mehr. Also lass mich da oben weiterspielen. Wieso? Jetzt ist es ein Shooter, oder? Jetzt kannst du dich spielen. Boah, das ist schon böse. Okay. 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 Oh, Bug. Was ist das für'n Bug? Bug. Bug. Bug auf der West. Na, guck doch, okay. Ich hab'n guck' mir, dass ich da bin. Ja. Lauf noch mal raus, ne? Alter. Die schießen. Die schießen. Hä, die Helikopter werden doch von dem... Egal. Soll ich mal noch da lang gehen? Ja. Ach, hier, du musst schnell durch. Die sind abgelenkt und schießen auf denen. Jetzt kapier' ich, du musst schnell da durch. Ruf, ruf runter, ruf. Wrong way runter. Der lenkt die für uns ab, Mann. Und jetzt? Links? Rechts? Dahinter? Da rein. Da, wenn die... Die Nukes. Ja, es ist gut, dass man einfach nur den Knopf drücken muss, um zu den Nukes zu kommen. Da ist Licht am Ende des Tunits. Hä? Hä? You know too much to let them get you. You're coming with us. What the hell? Wir haben ja gespeichert, ne? Die zahlen jetzt richtig gespült. Please elaborate. Has the target been captured yet? I'm not sure of what's happening here. Did you use console commands? I'm paying. 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 I'm paying.